Einen Radpanzer zu ziehen, das habe ich geschafft. Aber wie sieht es aus mit einem Dingo? Hier noch ein paar Werte zu dem Teil und dann konnte es schon losgehen. Aber ich habe gesehen, ich will es gut ziehen. Ja, es wird krass. So ein dickes Teil ans Rollen zu bekommen, ist bekanntlich immer das schwerste. Ihr seht, es war echt anstrengend, aber ich habe extra aufgehört zu ziehen, damit ich mir die Kraft noch aufheben konnte. Und natürlich nicht, weil ich zu schwach war. Wie war's? Gut, aber auch schlecht. Und wenn ihr sehen wollt, ob ich einen richtigen Kampfpanzer ziehen konnte oder ein Flugzeug, dann folgt gern mal rein.